Ja, und dann begrüße ich euch nochmal alle recht herzlich zum heutigen Webinar Erstellung eines Handelsplans und wir werden versuchen, so weit wie es geht, auch in das Thema Trading Journal noch mit hinein zu gehen. Ich werde jetzt erst die Präsentation versuchen, Stück für Stück durchzugehen, auch Fragen zu stellen zu den bestimmten Themen und dann werden wir am Ende gucken, wie weit wir zeitlich kommen, ob wir da noch hinten raus eine Fragerunde machen können. Ich hoffe, das ist für euch soweit in Ordnung. So, dann warum sollte man als Trader überhaupt einen Handelsplan haben? Das ist eigentlich sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, worüber sich die wenigsten auch Gedanken machen und ich würde euch jetzt einfach mal bitten, in den Chat kurz zu schreiben, warum ihr glaubt, sollte jeder Trader einen Handelsplan haben? Konstantes Handeln, sagt Alfred. Ja, organisiertes Vorgehen, Plan eines Traders, Einstieg, Ausstieg, da kommen wir schon an ganz wichtige, viele wichtige Punkte, damit man weiß, was ich tue. Nachvollziehbare Trades, jawohl, bessere Disziplin, wichtiger Punkt auch, duplizierbares Handeln, genau, Kontrolle, ob die Trades auch korrekt waren, um Trades besser nachzuvollziehen. Genau, bei jeder Firma erstellt man auch einen Businessplan. Ganz wichtig, Martin, richtig. Ich sehe das bei meinem eigenen, also beim Trading, aber natürlich auch für den Bereich Coaching, für den Bereich Trading. Ich bin als Trainer viel unterwegs, aber überall gibt es einen Businessplan, viel und das ist natürlich hier genau wichtig, was auch Setup-Überprüfung angeht, das muss man sich auch immer anschauen. Was habe ich noch? Ich erkenne nicht meine Fehler, auch das ist wichtig, da kommen wir dann zu dem Punkt Handelsplan und Trading-Journal, wo die beiden Dinge ineinander greifen, werden wir auch ausgiebig über dieses Thema sprechen, dann am Wochenende im Workshop, weil das sind dann die beiden Punkte, die dann ineinander greifen, also Handelsplan erstellen, A, ist richtig, wir werden auch gleich auf die Inhalte dessen kommen, aber dann natürlich auch, wie greift das dann ineinander mit dem Trading-Journal. Erstmal super für die vielen, vielen Antworten von euch. Ich habe jetzt mal vier Oberbegriffe erstgenommen, dann werden wir uns das Ganze dann in die Tiefe anschauen. Wichtiger Punkt, zum Beispiel Strategie. Also gehört auf jeden Fall rein, ganz, ganz wichtiger Punkt, welche Strategie möchte ich überhaupt verfolgen? Dann ein weiterer Punkt ist Organisation und Planung, ganz wichtig, ohne Plan kein Trading. Wer ohne Plan in den Markt hineingeht, beraubt sich eigentlich schon fast aller Chancen erfolgreich zu handeln. Natürlich gibt es den einen oder anderen Trader, der aus dem Bauch heraus tradet und der das sogar vielleicht sogar profitabel macht. Also ich will gar nicht sagen, dass das prinzipiell nicht funktioniert, aber bei den allermeisten Tradern funktioniert es halt nicht. Und wir sollten uns halt auf das konzentrieren, was für die breite Masse der Trader halt ideal ist. Und deswegen Organisation und Planung eines Trades und allem, was da dran hängt, werden wir uns heute mit beschäftigen. Dann Thema Überwachung meines Trades. Auch da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es geht nicht nur darum, einen Trade zu planen, sondern es geht auch darum, diesen Trade dann natürlich im Nachgang zu überwachen. In dem Moment, wo ich in den Trade hineingegangen bin, mache ich jetzt wirklich alles so, wie es im Handelsplan vorher aufgeschrieben ist. Und in jedem Workshop erstellen wir Handelspläne individuell für jeden Teilnehmer und sprechen diese auch wirklich durch, weil das wirklich extremst wichtig ist. Wir haben es noch im November im letzten Theorie- und Praxis-Workshop gesehen. Wirklich extremst viele Handelspläne haben wir uns angeschaut und wir haben dann auch gesehen, als wir dann ins Live-Trading Montags-Nachmittags gegangen sind, wie erfolgreich das dann ist, wenn man dann einen Handelsplan hat, diesen auch besprochen hat, abgeklärt hat, passen diese einzelnen Punkte zusammen und dann versucht das Ganze umzusetzen. Sonst werden wir uns heute anschauen, welche Punkte da wichtig sein könnten für euch. Und dann natürlich hinten raus, die Kontrolle, ist alles so gelaufen, wie ihr das möchtet. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, ob das ein positiver oder ein negativer Trade war, weil das hat mit dem Handelsplan an sich gar nichts zu tun. Das sollten wir uns sowieso von lösen. Das hat mit dem Trading an sich das Ergebnis eigentlich nichts zu tun. Wichtig ist, dass wir einen Plan haben, von dem wir wissen, dass der aller Wahrscheinlichkeit so aufgeht, wie wir das möchten. Und die größte Schwäche im Trading ist nicht das Setup, wie wir reinkommen, sondern dann fangen eigentlich erst die Probleme an im Trading, dass ich in der Lage bin, meinen Plan eigentlich nachzuvollziehen, das immer wieder duplizierbar nachzuhandeln, die Stops entsprechend zu setzen, über Gewinnmitnahmen nachzudenken und, und, und. Also alles Dinge, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Anleitung, Ablaufplan. Also das, wenn ich in dem Trade drinne bin, ganz, ganz wichtige Themen, die wir jetzt gleich ansprechen. Ja, und dann, jeder Trader sollte einen individuellen, auf ihn abgestimmten Handelsplan haben. Also es nützt gar nichts, wenn ihr irgendetwas bei jemandem kopiert und meint, das wird jetzt das Ding werden. Warum ist es so? Weil wir es uns sehr, sehr schwer tun, Dinge eins zu eins zu kopieren und nachzumachen. Solange das funktioniert, also wir haben einen Handelsplan von jemandem und kopieren etwas, dann funktioniert das am Anfang auf jeden Fall. Problem ist nur, in dem Moment, wo das nicht so läuft, wie wir das ursprünglich wollten, also es kommt zu einer Reihe von Fehltrades, dann kriegen wir ein Problem. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euren eigenen individuellen Handelsplan erstellt, so wie wir das zum Beispiel auch in den Coachings oder Workshops machen. Worauf sollte man achten? Also welche Bestandteile gehören jetzt in einen solchen Handelsplan? Das schauen wir uns jetzt die nächsten 50 Minuten genau an. So, Mario, jetzt bin ich auch online. Jetzt ist auch der Nelson da. Ich habe schon einfach mal angefangen, Nelson. Vielleicht machst du da nachher die Abmoderation, das, was du sonst immer machst, weil wir uns da einfach schon mal in die Tiefe hier jetzt reingesetzt haben, wenn es okay ist für euch. Natürlich. Perfekt. Vielen Dank und auch natürlich noch einen schönen Abend von mir und wünsche dir viel Spaß. Danke. Also was gehört auf jeden Fall rein in den Handelsplan, ist das Thema Märkte. Also welchen Markt möchte ich denn überhaupt handeln? Möchtet ihr lieber den Forex-Markt handeln, also sprich Devisen handeln? Seid ihr eher Zinstrader, also im Bond-Markt handeln? Möchtet ihr Rohstoffe handeln oder tradet ihr zum Beispiel Aktien? Also ich handele zum großen Teil Aktien und den allergrößten Teil davon im deutschen Markt. Also gut 50% meiner Trades laufen im deutschen Markt, der Rest im amerikanischen Markt. Das ist natürlich sehr individuell, wie das jeder gerne möchte. Aber das muss euch im Vorfeld schon mal klar sein. Was möchtet ihr denn handeln? Möchtet ihr alles handeln? Seid ihr so ein Trader, der dreidaufgestellt nach jeder Möglichkeit sucht? Oder seid ihr eher spezialisiert auf bestimmte Bereiche? Darüber sollte man sich im Vorfeld auf jeden Fall Gedanken machen. Ein weiterer Punkt ist, welche Produkte möchtet ihr handeln oder könnt ihr auch handeln mit eurer Kontogröße? Weil die Kontogröße hat ja einen sehr großen Einfluss darauf, was man handeln kann. Wenn ihr sagt, naja, ich würde gerne Futures handeln, habt aber nur ein Konto von 5000 Euro, dann wird das schwierig werden. Also auch da, welche Produkte kommen in Frage? Sind es vielleicht Optionen, die ihr kaufen möchtet oder die ihr vielleicht schreiben möchtet? Oder sind es ETFs, die ihr handeln möchtet? Wie gesagt, Futures, da braucht man ein Handelskonto, was schon gut im fünfstelligen Bereich ist. CFDs, ob auf Indizes oder auf Einzelaktien, ganz dahingestellt. Oder eben als Direktinvestmentaktien, wie ich das zum großen Teil mache. Also darüber muss man sich auch klar sein, was möchte ich denn überhaupt handeln? Dann natürlich, was bin ich denn überhaupt für ein Trader? Welchen Ansatz möchte ich denn verfolgen? Und da reden wir nicht über das Setup, sondern seid ihr eher Trader, die sich auf wenige Einzelwerte konzentrieren und ihr versucht, so gut wie es geht, den einzelnen Markt, die einzelne Aktie kennenzulernen und diese zu traden? Davon gibt es einige Trader, die das zum Beispiel machen, die sagen, ich handel zum Beispiel nur den Nasdaq Future oder den Bund Future oder vielleicht zwei, drei Aktien, mit denen man sich sehr gut auskennt. Oder sagt ihr, nee, ich habe eigentlich einen diversifizierten Handelsansatz. Ich betreibe Marktscreening, schaue mir an, welche Märkte laufen besonders gut und suche mir dann daraus zum Beispiel im Aktienmarkt, so wie ich das mache, immer die trendstärksten Aktien aus. Das heißt, ihr versucht einfach eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex zu machen. Auch dazu habe ich ja schon mehrfach Vorträge gehalten, Index versus Aktienhandel, wo liegen die Vorteile in diesem Bereich? Denn klar, wenn ein Index 6% macht im Durchschnitt, aber einzelne Aktien 20, 30% und mehr, gutes Beispiel letztes Quartal, als der Nasdaq zum Beispiel oder auch der S&P nach der Wahl von Trump ungefähr 5% gemacht hat, in der gleichen Zeit haben die Banktitel 10, 20 bis zu 30% gemacht. Also warum nicht das handeln? Also da muss man auch schauen, was seid ihr für Händler? Konzentration auf wenige Werte oder einzelne Indizes oder breites Marktscreening. Auch das gehört in den Handelsplan, damit ihr ganz klar wisst, was will ich denn überhaupt handeln? Nicht, dass ihr immer von A nach B springt. Dann Zeiteinheiten. Was für ein Trader seid ihr? Das ist eigentlich eine Frage, die kann man selber, also ich kann das immer sehr schwer im Vorfeld beantworten für den einzelnen Kunden. Ich muss den Kunden schon immer sehr gut kennen oder Trades von ihm sehen, was er eigentlich für ein Händler ist. Also sowas machen wir zum Beispiel in den Workshops oder auch im Coaching zu gucken. Ist man eigentlich eher ein Händler, der sich auf den mittleren und großen Zeiteinheiten wohlfühlt, Woche, Tag oder Stunde? Oder ist man so ein typischer Intraday-Trader, dem es eigentlich schwer fällt, Positionen mit über Nacht zu nehmen, so dass man hier Positionen eher aufmacht, ob jetzt in 15 Minuten Chart, 10, 5 Minuten oder vielleicht sogar auf Minute. Oder die ganz schnellen, die vielleicht im Future-Markt im Tick-Chart sind. Also wie seid ihr konditioniert? Was könnt ihr besonders gut oder was fällt euch extremst schwer? Ja, ich kann das von mir sagen, als ich angefangen habe zu traden, habe ich im Tick-Chart und im Minuten-Chart gearbeitet. Und zwar fast 10 Jahre lang, also bis 2005, 2006 hinein, war es für mich wahnsinnig schwierig, Positionen mit über Nacht zu nehmen. Weil ich immer die Angst und Befürchtung hatte, dass ich overnight einfach Geld verliere, wenn es ein Gap gibt und solche Dinge. Das ist natürlich zum Teil dadurch gekommen, dass ich die Phase 2000, 2001, also platzendet.com, miterlebt habe, wo die ganzen Werte des neuen Marktes einfach in sich zusammengefallen sind. Und da kommt bei mir das aus dem Kopf her, dass ich sage, boah, da habe ich gesehen, wie viel Geld man da verlieren kann. Heute weiß ich das natürlich, wenn man in solchen Situationen ist, dass es dann jetzt nicht so sinnig ist, unbedingt long dann overnight zu gehen, wenn man jetzt in einem Abwärtstrend ist. Aber wenn man das prinzipiell klar hat, und das habe ich heute, ich handele seit 2008 sehr viel auf Tagesbasis und auch auf größeren Trends zum Teil, dass ich wochenweise in einzelnen Aktien manchmal drin bin, die sehr viel Performance machen, so wie letztes Jahr Adidas über 60%. Das kann man ganz, ganz schwer auch in 2-Day erreichen. Also das kann man auch wirklich sehr gut in den großen und Zeiteinheiten machen. Deswegen müsst ihr einfach in euch hineinhorchen, was seid ihr für ein Trader. Nur das mal so als Gedankenschlüssel, dass ihr einfach mal schaut, was bin ich für ein Trader, wo fühle ich mich wohl? Und nehmt mal nicht die Performance als ausschlaggebenden Grund erstmal, warum ihr das ein oder andere tradet. Weil das wird mittelfristig eh nicht funktionieren. Also wenn ihr etwas macht, nur weil ihr glaubt, auf Minute oder 5 Minuten könnt ihr mehr Performance erreichen. Ihr seid aber nicht so konditioniert, dass ihr gut in 2-Day damit umgehen könnt, weil ihr vielleicht nicht schnell genug agieren könnt, Probleme damit habt, 4-Werte, 5-Werte, 10-Werte gleichzeitig zu beobachten. Dann seid ihr vielleicht kein richtiger, also nicht der ideale Day-Trader, sondern vielleicht eher der Swing-Trader oder der Position-Trader. Also versucht erst zu schauen, was seid ihr für ein Typ und dann kümmert euch um Performance und nicht den umgekehrten Weg. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann Handelszeit ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar geht es jetzt nicht darum, wann Börsen alleine aufhaben, sondern wann könnt ihr auch selber handeln. Also seid ihr Trader, die morgens Zeit haben oder seid ihr eher Trader, die nachmittags Zeit haben oder seid ihr eher Trader, die abends Zeit haben. Also das muss ja zu eurem Handelslieb passen. Also wenn ihr zum Beispiel abends von der Arbeit kommt und sagt, okay, ich möchte abends ab 18 Uhr in deutsche Aktien traden als Beispiel, aber das Tetra-Handelssystem zum Beispiel arbeitet bis 17.30 Uhr, das heißt man müsste dann auf die Parkettbörsen ausweichen oder auf CFDs oder auf ETFs, dann ist das nicht ideal, weil wir da nicht genügend Umsätze zu diesen Handelszeiten haben, wo ihr dann vielleicht handeln möchtet. Dann wäre der amerikanische Markt zum Beispiel viel besser geeignet als der deutsche Markt. Umgekehrt, wenn man morgens handeln möchte, macht es natürlich viel mehr Sinn, deutschen oder europäischen Märkte zu handeln. Also das ist ein wichtiger Punkt. Auch im Devisenmarkt ist es wichtig. Natürlich, wir haben viele Devisenpaare, die man alle handeln kann, aber auch hier ist es natürlich wichtig zu schauen, naja, wenn ich zum Beispiel nur abends handeln kann von 18 bis 22 Uhr als Beispiel, macht es dann wirklich Sinn, solche Devisenpaare wie zum Beispiel japanischen Yen gegen australischen Dollar zu handeln, wo deren Hauptsession gar nicht mehr da ist. Also das sind alles Dinge, darüber muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, bevor man überhaupt in das Trading einsteigt. Und das sehe ich immer wieder, dass die meisten sich da gar keine Gedanken darüber machen, sondern einfach erstmal, ich habe ein Einstiegssetup und ich lege jetzt einfach mal los, da wo das Sinn ergibt. Und der richtige Weg ist eigentlich erstmal den Plan zu machen und dann von da aus zu schauen, macht dieser Plan überhaupt Sinn und dann von dort aus einfach diesen Schritt weiterzugehen. Dann natürlich das, was ich gerade sagte, das was fast jeder hat, die Handelsidee. Also ein Setup zum Beispiel. Natürlich braucht man das, aber das ist ein kleiner Teil im Trading, der darüber entscheidet, ob man Gewinner ist oder nicht. Der viel größere Teil hängt an viel mehr anderen Dingen, also Verwaltung eines Trades, wie steige ich aus einem Trade aus, wie bin ich mental drauf, wie kann ich das in den Griff bekommen. Das sind alles Dinge, die darüber entscheiden, ob ihr positive Trades macht oder nicht. Das Setup, wenn es daran liegen würde, dann müssten doch eigentlich mehr oder weniger alle erfolgreich sein. Weil ich sage mal, ich denke, dass die allermeisten Trader durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent sind. Das heißt, sie werden schon hinbekommen, ein Setup zu traden. Und da geht es gar nicht darum, ob man jetzt marktechnisch handelt oder nach Fibonacci oder nach irgendeiner anderen Sache. Das spielt erstmal gar keine Rolle, weil ich bin überzeugt davon, dass die allermeisten Systeme an sich erstmal funktionieren. Also warum das häufig nicht funktioniert bei dem einen oder anderen, ist nicht das Setup, sondern eben die anderen kleinen Weichenteile. Und da haben wir noch gar nicht über Trading-Psychologie gesprochen, die sicherlich sehr, sehr großen Einfluss auf unser Trading hat. Also was ist hier wichtig bei der Handelsidee zu schauen, welches Setup möchte ich traden, aber vor allen Dingen auch, wann möchte ich dieses Setup traden. Also es kann nicht sein, dass wir sagen, wir haben jetzt ein Setup, ich bleibe jetzt mal bei der Markttechnik, weil ich mich da am besten auskenne. Wir sagen, wir möchten auf einem großen Punkt 2 einsteigen in einem Markt als Beispiel und dass wir das aber an jeder Stelle machen, die zum Beispiel so ein Setup plötzlich bringt. Sondern wir müssen uns Gedanken machen, wo will ich das denn überhaupt machen? Will ich das machen, zum Beispiel nur in Aktien, die zum Beispiel neue Allzeithuchs machen? Das macht ja zum Beispiel Sinn, in so einer Phase wie jetzt, wo die Märkte auf Allzeithuchs sind, da darauf zu achten, wenn ich dort Aktien habe, die Allzeithuchs machen. Oder möchte ich dynamische Aktien haben, also die sehr stark nach Handelseröffnung loslaufen, egal ob auf der Long- oder auf der Short-Seite. Oder sind das eher so Momentum-Trades? Das ist ja bei mir in der Facebook-Gruppe die Woche schon mal vorgestellt gehabt. Wir haben Trades, die wir zum Teil länger halten, mehrere Wochen, manchmal sogar Monate, die ja allein in den letzten zwölf Monaten, ohne dass wir Day-Trading betrieben haben, 50% Performance gemacht haben. Also es ist wirklich immer der Punkt, wann gehe ich wo rein? Und nicht, dass ich einfach sage, ich habe ein Setup und das knalle ich jetzt einfach immer durch, egal ob Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Seitwärtsmarkt. Darüber müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen. Oder bin ich Day-Trader, der zum Beispiel sagt, naja, ich möchte gerne Tageslinien traden. Also ich möchte immer Abpraller vom Open, vom Close, wenn neue Hochs entstehen, solche Dinge. Also das sind eben Dinge, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet und die auf jeden Fall auch in den Handelsplan hineingehören. Ihr merkt schon, es gehören sehr viele Dinge in den Handelsplan. Also ein Handelsplan ist in der Regel nicht eine Seite lang, sondern der ist meistens etwas größer. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr einen Handelsplan richtig aufsetzt, so wie wir das auch immer machen in den Workshops und Coachings, dann werdet ihr sehen, wie einfach es ist, duplizierbar zu handeln. Weil dann gibt es kein Vor und kein Zurück, sondern wenn wir dann Handelsplan mit Trades vergleichen, werden wir ganz schnell feststellen, habt ihr euch an den Trade gehandelten, also an die Handelsidee oder nicht. Dann ist natürlich ein wichtiger Punkt, Voraussetzungen, wann und warum möchte ich handeln? Also wann darf ich überhaupt handeln? Wann sollte ich vielleicht besser nicht handeln? Was gilt es zu beachten? Besonderheiten und Einschränkungen. Ich möchte auch mal ein, zwei Beispiele vielleicht bringen. Wann darf ich handeln? Also ich würde zum Beispiel immer nur handeln, das habe ich auch vorhin schon gesagt, wenn die großen Präsenzbörsen des Marktes, den ich handeln möchte, natürlich auch aufhaben. Das heißt, ich würde immer nur dann agieren, wenn ich weiß, dass der große Markt, sprich nachmittags, der US-Markt auf hat. Ich würde also heute keine amerikanischen Aktien im deutschen Markt kaufen, wenn der amerikanische Markt geschlossen ist. Ja, ganz einfache Sache. Oder eben das Devisenpaar, was ich vorhin genannt habe, macht nachmittags keinen Sinn, aus meiner Sicht hier zu handeln. Also solche Dinge einfach darauf achten. Oder Besonderheiten und Einschränkungen. Wenn ich Aktien handele, muss ich natürlich auch darauf achten, wann hat das Unternehmen Quartalszahlen? Das sind alles Dinge, die man als Trader beachten sollte. Und das unterscheidet dann auch hinterher den erfolgreichen Trader von dem weniger erfolgreichen Trader. Weil der eine macht sich im Vorfeld die Gedanken, der andere erst, nachdem er im Trade drin ist. So, und jetzt könnt ihr mal selber überlegen, wann ist das Trading einfacher? Also wann seid ihr emotional nicht so stark eingebunden? Wenn ihr alle Eventualitäten im Vorfeld einmal durchgegangen seid, alles den Handelsplan abgespult habt und dann im Trading drin seid. Oder wenn ihr einfach nur einen Trade aufmacht und sagt, so jetzt gucke ich mal und jetzt bewegt sich der Trade halt ganz anders, als ihr denkt. Und jetzt müsst ihr plötzlich Entscheidungen treffen aus dem Gefühl heraus. Mit einer Position, wenn ihr seht, die Position läuft vielleicht entweder entgegen dessen, was ihr wollt. Also sprich läuft sofort in den Verlust oder läuft sehr schnell in den Gewinn. Und ihr wisst nicht, wie sollt ihr mit den Gewinnen umgehen? Ich meine, das ist ein Luxusproblem, aber auch das passiert halt. Also auch da ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten. Ja, und das Thema Trade-Verwaltung, das ist das, was ich gerade sagte. Stop-Logik ist halt hier wirklich extremst wichtig. Wir gehen in einen Trade hinein und was machen wir? Der Markt läuft zum Beispiel in dem Moment, wo wir reinkommen, nur noch seitwärts. Egal, ob es ein Index, Forex-Markt, Aktie. Wie gehen wir dann vor? Was wollen wir dann machen? Oder wir sind reingegangen in einen Trade und der Markt läuft komplett gegen uns. Sofort, von der ersten Minute an. Was machen wir dann mit unserem Trade? Bleiben wir bei unserer Ursprungsidee oder sagen wir, na, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich ziehe hier die Reißleine. Anderes Beispiel, ihr geht mit 100 Euro Risiko in einen Trade hinein und der läuft sofort durch und ihr seid 300 Euro vorne oder 400. Ja, Luxusproblem. Nur, was macht ihr jetzt mit dem Trade? Euer Stop sitzt vielleicht noch ganz unten und ihr könnt ihn nicht nachziehen, weil ihr handelt auf Minute. Und es gibt vier große Kerzen nach oben. Und ja, was macht ihr jetzt mit eurem Stop? Da müsst ihr vorher klar sein, weil das ist auch ein Thema, was wir auch immer wieder besprechen. Weil das ist einfach so, wenn man jetzt in so einer Situation ist und man ist 400 Euro vorne und jetzt läuft der Markt plötzlich zurück, dann klickert das nur noch im Kopf und man weiß eigentlich gar nicht, was man machen soll. Soll ich jetzt verkaufen? Soll ich meinen Stop da unten lassen? Wenn ihr das aufgeschrieben habt vorher und wisst, das macht Sinn, das habe ich mir vorher überlegt, so und so gehe ich vor, dann seid ihr viel ruhiger und handelt im Prinzip automatisiert. Und dann ist es sehr angenehm auch zu traden. Money Management gehört auch zumindest als Unterthema in diesen Bereich mit hinein. Nämlich, wie möchte ich denn hier vorgehen? Habe ich einen prozentualen Stop Loss? Dass ich sage, naja, ich trade immer mit einem 1% Risiko oder so wie ich das mache, mit einem Viertelprozent Risiko. Oder habe ich einen fixen Stop Loss? Dass ich sage, ich gehe immer mit 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro Risiko rein. Und was dann aus meiner Sicht noch wichtig ist, habt ihr ein Tageslimit? Also das heißt, wenn ihr zweimal, dreimal, viermal, fünfmal verloren habt, hört ihr auf zu traden? Oder sagt ihr, nee, ist egal, irgendwann wird die Serie reißen. Ganz wichtig, das im Vorfeld zu klären. Warum? Auch ein Beispiel aus dem vorletzten Workshop. Nachmittags ganz normal gehandelt. Jeder hat sich an seinen Handelsplan gehalten. Alles lief gut. Vier Trader sind abends nochmal hochgegangen, haben dann nochmal getradet. Und zwei davon sind ins Overtrading hineingeraten. Die haben allein in den letzten zwei Stunden von 8 bis 10 über 6 Trades gemacht. In ganz, ganz kurzer Zeit. Und könnt ihr euch denken, fünf von sechs Trades haben da nicht funktioniert. Und darüber sollte man sich im Vorfeld klar sein. Wo ist mein Limit für den Tag? Will ich eins? Oder sage ich, nee, ich brauche ich nicht. Also ich habe ein Tages- und ein Wochenlimit. Also auch das ist ganz klar festgelegt, wie viel Geld darf ich in einer Session verlieren. Warum ist das für mich persönlich wichtig? Und es geht immer um euch persönlich. Also es muss für euch passen. Wenn ich an ein bestimmtes Limit herankomme und darüber hinaus trade, dann handele ich nicht mehr emotionsfrei. Das kennt ihr vielleicht auch aus anderen Bereichen. Man kann immer bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Wenn man darüber hinaus geht, wird das schwierig. Dann wird man plötzlich emotional. Zum Beispiel, wenn man persönlich angegriffen wird. Auch da. Man kann noch so klar sein, wenn man emotional angegriffen wird, neigen viele Menschen dazu, darauf auch persönlich zu reagieren. Und darüber muss man sich klar sein. Das ist auch der Grund zum Beispiel. Weil das so ist, dass wir zum Beispiel ab dem Herbst nächsten Jahres in den Workshops auch diesen psychologischen Teil mit einbauen. Und dann auch zum Teil zum Beispiel jemanden aus dem Bereich mit in die Webinare oder in die Workshops mit hineinnehmen. Wir haben eine Wirtschaftspsychologin gewinnen können, die zum Beispiel ab nächstes zweite Jahreshälfte zum Beispiel mit in die Workshops kommt. Einfach, weil das ein so wichtiges Thema ist. Also Money Management, ganz wichtig. Dann Erfahrungen und Beispieltrades. Dass ihr einfach mal einen Beispieltrade euch daneben legt. Das rate ich sowieso jedem, auch wenn ihr ein Setup habt. Wie möchte ich denn überhaupt in den Trade hineingehen? Also was ist wichtig? Wie soll so ein Trade aussehen? Muss da gültig? Worauf muss ich achten? Und wie muss ich Trades dokumentieren? Da kommen wir gleich auch noch zu, wenn wir zum Thema Handelsjournal kommen. Warum sollte jetzt jeder Trader neben dem Handelsplan auch ein Trading Journal betreiben? Also was wir jetzt gemacht haben, waren bis jetzt alles Teile, die in einen Handelsplan gehören. So, das waren jetzt einige wichtige Themen und wie gesagt, wir haben mit dem Setup an sich, welches ihr traden wollt, überhaupt erstmal nichts zu tun. Also das ist vollkommen unabhängig, ob ihr jetzt ein Trendfolgesystem habt, ihr handelt, wenn ein MACD ein Signal hat oder ihr tradet nach Fibonacci oder Markttechnik. Spielt keine Rolle. Ein Handelsplan aus meiner Sicht braucht jeder Trader, der erfolgreich ist und ein Trading Journal auch. Also der eine oder andere, der heute mit dabei ist, ist auch am Wochenende beim Workshop mit dabei. Also eine Frage, die zum Beispiel immer kommt, ist, wer von euch führt ein Trading Journal? So, und in der Regel sind es immer 10 bis 20 Prozent der Teilnehmer, die das machen. Und dann ist die zweite Frage immer, wer von euch handelt break-even oder profitabel? Und dann haben wir meistens eine ähnliche Anzahl, in der Regel auch so um die 20 Prozent. Und der dritte Punkt ist dann, wer ist jetzt? Haben wir da eine Schnittmenge oder nicht? Sind die Leute, die ein Trading Journal führen, auch die, die Gewinne machen? Und das ist fast immer der Fall. Das heißt, wenn man ein Trading Journal führt, ist man entweder schon derjenige, der auf der Gewinnerseite ist oder kurz davor steht. Und die, die aber kein Trading Journal führen, sind fast immer nicht Gewinner am Markt. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, woran das liegt. Warum? Weil, wenn man ein Trading Journal führt, in Kombination mit einem Handelsplan und das jeden Tag oder jede Woche abgleicht, so wie das zeitlich bei euch passt, dann könnt ihr sehen. Macht ihr wirklich das, was ihr im Handelsplan stehen habt? Und wenn ihr es nicht macht, warum macht ihr es anders? Also, dann müsst ihr euch im Endeffekt committen und sagen, wieso, weshalb, warum. Und das ist natürlich immer am einfachsten, wenn man das zu zweit macht, einfach zu erklären, warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Wenn ihr gut seid, könnt ihr das auch mit euch selber klar machen, aber fangt nicht an, euch selber zu betrügen. Indem ihr sagt, naja, dieses Mal war das, heute war das einfach anders gewesen, weil wir haben einen Gap gehabt und da kann man das nicht so machen, wie ich das sonst mache. Ja, das ist Unsinn. Also, wenn man einen Plan hat, dann macht man das oder man lässt es halt sein. Aber wenn man das zusammenbringt, Handelsplan und Trading Journal, kann ich euch versprechen, werden eure Erfolgsaussichten, ein guter, professioneller Trader zu werden, der Gewinne macht, ist wesentlich höher. Ich habe noch eine Mail vorgestern bekommen von einem Kunden von mir, der auch im Workshop war, der mir geschrieben hat, er hat nach dem Workshop so ziemlich alles anders gemacht, als wir es besprochen haben. Und erst nachdem er das eine ganze Zeit gemacht hat und nicht zum Punkt gekommen ist, hat er Stück für Stück angefangen, es wirklich umzusetzen und jetzt hat er ein System für sich gefunden, sein individuelles Ding, was profitabel ist. Und er hat mir noch geschrieben, wie dankbar er ist, dass wir da wirklich immer so drauf dringen. Also versucht es wirklich zusammenzubringen, macht einen Handelsplan und einen Trading Journal und wertet es dann aus. So, und wie kann man da jetzt vorgehen, was ist da wichtig? Also es geht in erster Linie natürlich um Dokumentation eurer Trades. Also ganz, ganz wichtig zu schauen, okay, was gehört jetzt alles da rein? Weiterer Punkt ist dann, wenn wir darüber hinaus schauen, neben der reinen Dokumentation ist dann die Auswertung. Also der erste Punkt ist reines Dokumentieren, alles dessen, was wir gemacht haben, wieso, weshalb, warum, wie man das machen kann, zeige ich gleich noch. Und dann ist der zweite Schritt und das ist der wichtige Schritt, das Ganze hinterher auszuwerten. Und zwar jeden Trade, den man gemacht hat und nicht sagen, naja, die Verlierer-Trades gucke ich mir nicht an, ich gucke mir nur die Gewinner-Trades an. Sondern das ist wie ein Spiegel und das muss man auch aushalten, sich das anzugucken, sowohl wenn man viele Gewinner-Trades hat, als auch und gerade besonders, wenn es nicht gut gelaufen ist. Gerade dann ist die Auswertung extremst wichtig, denn nur dann könnt ihr doch feststellen, warum ist es nicht gelaufen? Auch da wieder, es hat in der Regel weniger mit dem Setup zu tun, als eher, wieso, weshalb, warum bin ich an dieser oder jenen Stelle eingestiegen und wie habe ich den Trade verwaltet? Und wenn man sich das im Nachhinein anschaut, in der Auswertung, kann man darauf Rückschlüsse für die Zukunft ziehen. Kontrollfunktion, das ist im Endeffekt das, warum wir das Trading Journal führen. Wir schreiben alles auf, dokumentieren das, arbeiten das nach und können dann kontrollieren, haben wir dasselbe gemacht, wie wir es im Handelsjournal vorher festgelegt haben. Und dann können wir feststellen, ist es erfolgreich oder nicht? Und was ist erfolgreich? Wenn wir drei Setups haben, zum Beispiel, die wir an drei unterschiedlichen Stellen einsetzen, aus der Korrektur, am Punkt 2 und vielleicht auf Allzeithoch, dann haben wir schon neun verschiedene Möglichkeiten eines Trades. Und da müssen wir genau differenzieren, nicht, dass wir sagen, wir haben drei Setups, sondern wir haben drei Setups an drei verschiedenen Stellen, also neun verschiedene Möglichkeiten. Und dann werden wir sehr schnell feststellen, an bestimmten Punkten funktioniert ein Setup extremst gut und wir werden auch feststellen, dass bestimmte Dinge eben nicht so gut funktionieren. Und dann ist es doch logisch, dass wenn ich weiß, was gut funktioniert, dass ich mich darauf konzentriere und möglichst nur noch das mache. Und wenn ich merke, ich habe irgendwo von 50 Trades gemacht und davon haben 30 nicht funktioniert oder 35 nicht und das in der Kombination mit der Stelle, wo ich eben einsteige, dass ich dann sage, na ja klar, das muss ich weglassen. Nur wenn ihr das nicht macht, dieses Handelsjournal nicht führt und dann auch nicht auswertet, werdet ihr immer sagen, das liegt am Setup. Ja, aber es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl von Setups. Wie gesagt, es hat nichts mit Markttechnik zu tun, es kann jeder andere Handelsansatz auch sein. Es ist einfach wichtig zu schauen, die Verortung, wo gehe ich in den Trade hinein und wenn ihr es nicht auswertet, wird es extremst schwer profitabel hier zu agieren. So, wie könnte ein mögliches Trading Journal aussehen? Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, man kann welche kaufen. Also es gibt im Netz sicherlich einige Anbieter, wo man ein Trading Journal kaufen kann. Man muss halt immer gucken, passt es zu euch? Könnt ihr über euren Broker die Daten auslesen oder nicht? Die einfachste Möglichkeit, ein Trading Journal zu führen, ist einfach eine Excel-Tabelle zu nehmen und dann einfach die wichtigsten Punkte, die für euch wichtig sind, hier mit aufzunehmen. Also wir haben das jetzt mal hier als Beispiel genommen, wie wir eine Dokumentation betrieben haben für die Webinar-Reihe Ein kleines Konto Groß-Traden. Der ein oder andere von euch kennt die Webinar-Reihe auch, wo wir über vier Monate jede Woche versucht haben, im Durchschnitt einen Trade zu machen. Also sprich, wir haben hier in vier Monaten 13 Trades gemacht und man kann ja auch ganz gut sehen, darum geht es hier allerdings auch gar nicht, dass man auch hier im Prinzip jede Woche eine positive Performance erzielt hat. Auch mit nur einem einzigen Trade. Aber was gehört jetzt in so eine Dokumentation mit rein? Also A natürlich vorne, wie viel Trade das ist, aber das Wichtige da ist dann das Datum. Datum und Uhrzeit ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, denn ihr werdet sehr schnell feststellen, dass es zu bestimmten Uhrzeiten ihr sehr viele Treffer habt und zu bestimmten Uhrzeiten eher weniger Treffer. Beispiel, auch hier zum Beispiel, ihr handelt amerikanische Aktien und ihr stellt fest, von 15.30 Uhr bis 17 Uhr läuft das wie verrückt und wenn ich handel von 18 bis 19 Uhr mache ich eher Fehltrades. So, dann liegt das eben an der Zeit, warum die Umsätze gehen zurück. Ich möchte da jetzt gar nicht genau darauf eingehen, wieso das bestimmte Zeiten schwieriger ist oder nicht, aber das könnt ihr halt feststellen, wenn ihr Datum und Uhrzeit aufschreibt. Dann natürlich wichtig, welchen Wert handelt ihr? Ja, also was handelt ihr Devisen? Habt ihr Aktien, die ihr handelt? Handelt ihr ETFs? Also wir haben hier zum Beispiel im Rahmen dessen so ziemlich alles gehandelt, also jetzt keine Futures, aber Indizes haben wir gehandelt als CFDs. Wir haben Aktien gehandelt, auch im deutschen Markt, auch mit einem kleinen Konto, funktioniert hervorragend. Nur wenn man State Trading betreibt, dann wird es schwierig, aber ansonsten auf Stunde und Tag überhaupt kein Problem. Wir haben ETFs gehandelt, wir haben Volatilitätsindex gehandelt, wir haben alles gehandelt. Funktioniert alles, auch auf den großen Zeiteinheiten. Dann hier, wie gesagt, könnt ihr sehen, die einzelnen Instrumente, die wir gehandelt haben, gehört auf jeden Fall mit da rein. Dann Long Short und ich würde auch heute noch eine Zeile zusätzlich mit einholen, die wir damals nicht hatten, nämlich ob der Gesamtmarkt auch eher Long oder eher Short war, weil das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, um es einfach mal gegenüberzustellen, wann funktioniert was und wann funktioniert es eben nicht. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, zu welchem Kurs geht ihr rein? Ich denke, das sollte logisch sein. Wo ist der Stopp für eure Position? Wie viele Stücke habt ihr gehabt? Also das sind so die grundlegenden Dinge, die da auf jeden Fall reingehören. Ausstiegspreis. So, und jetzt ist dann schon wichtig, Bemerkungsfeld muss riesengroß sein. Also hier seht ihr, das sieht jetzt nicht so aus, als wenn es so riesengroß ist. In Wirklichkeit bei uns ist es sehr groß, weil da eben viele Dinge reingehören. Früher habe ich zum Beispiel jeden Chart ausgedruckt und habe einfach auf jeden Chart geschrieben, wieso, weshalb bin ich da reingegangen, wieso, weshalb, warum bin ich wieder rausgegangen und wie habe ich mich dabei gefühlt? Das kann man hier unter Bemerkungen auch machen, vor allen Dingen ganz wichtig ein Screenshot vom Trade. Ich mache immer mindestens zwei Screenshots, nämlich nachdem ich den Trade gemacht habe und auch noch mal einen Tag oder zwei Tage später, um zu schauen, wie hat der Trade sich entwickelt, um auch festzustellen, wäre eine andere Stopp-Logik besser gewesen. Also auch ein wichtiger Punkt. Was man nicht vernachlässigen sollte, wäre das Thema Gebühren. Dazu gehören A, die offensichtlichen Gebühren. Wenn man Aktien tradet oder Futures, dann werden die ja ausgewiesen. Wenn ihr CFDs handelt, gehören natürlich auch die Spreads mit da rein. Also auch da oder Finanzierungskosten, also all diese Dinge, damit ihr einfach mal schaut, wenn ihr keine Gebühren hättet, werdet ihr dann profitabel oder nicht. Denn wenn ihr dann schon profitabel seid, dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt zum erfolgreichen Trader. Also die meisten Trader haben halt immer so ein bisschen Probleme, weil die Gebühren auch erstmal da sind. Das ist auch etwas, was nicht ungewöhnlich ist, aber mit der Zeit kriegt man das in den Griff. Also das sind so Kleinigkeiten, da dreht man hier am Rädchen und da am Rädchen und dann kommt man vorwärts. Trading ist wie jeder andere Beruf auch. Das lernt man nicht in vier Wochen, sondern das dauert einfach. Man braucht einfach Zeit, man braucht all die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Und was man vor allen Dingen braucht, ist Erfahrung. Naja, und dann, was für uns als Trader natürlich das Wichtigste ist, ist erstmal, wie viel Gewinn haben wir gemacht? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch Trefferquote. Und wie gesagt, das Feld Bemerkungen kann und darf gar nicht groß genug sein. Könnt ihr also so viel reinschmachen, wie ihr möchtet. So, und was für mich am Ende auch ganz, ganz wichtig ist, ist im Endeffekt hier der obere Bereich. Nämlich, ich muss natürlich sehen, hat sich am Ende des Monats, am Ende des Quartals und am Ende des Jahres sich mein Trading gelohnt. Und so, und wenn ich das alles soweit fertig habe und ich habe jetzt vier Wochen getradet, dann muss ich irgendwann anfangen, meine Trades, die ich gemacht habe, eben nicht nur das Dokumentieren habe ich dann gemacht, sondern dann muss ich schauen, bin ich Winning Player? Und wenn ja, was hat dazu beigetragen? Also welche Setups haben besonders gut funktioniert? Und wenn es nicht funktioniert hat, welche Trades waren es, die nicht funktioniert haben? Und dann würde ich dann hingehen und mir all diese Dinge wieder heraussuchen und mir genau anschauen, wieso, weshalb, warum haben dieses oder jenes nicht funktioniert? Und das ist wirklich dann auch Arbeit. Das sind auch Sachen, die wir häufig in Einzelcoachings dann machen, damit man wirklich auch sehen kann, wieso, weshalb, warum habe ich zum Beispiel nur eine Trefferquote von 40 Prozent, obwohl der Gesamtmarkt steigt. In der Woche habe ich noch einen Vortrag gehalten in Berlin. Da ging es auch darum, wenn man jetzt zum Beispiel in den letzten, ich sage mal, 10, 12 Wochen nicht unbedingt große Gewinne eingefahren hat, dann muss man sich einfach fragen, woran hat das gelegen? Wir haben eigentlich einen Traummarkt gehabt im Aktienbereich. Also seit der Wahl von Trump laufen die Märkte nur nach oben. Ich habe es heute Morgen auch noch mal im Wochenausblick ja kurz geschrieben. Also wer in so einer Phase jetzt keine Gewinne gemacht hat, also nicht mal so, wie der Index performt ist, da müsst ihr aber wirklich ganz genau hinschauen, wieso, weshalb, warum. Schaut, habt ihr einen Handelsplan, habt ihr genau für euch definiert, wieso, weshalb, warum. Traded ihr und woran liegt es, weil dann ist irgendwo ein Problem. Wie gesagt, Setup spielt da meistens nicht die große Rolle, sondern es sind diese kleinen Weichenfaktoren, die da eine große Rolle spielen. Da müsst ihr dann wirklich sehr genau hinschauen, wieso, weshalb, warum, hat es denn funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Und wenn ihr diese beiden Dinge zusammenbringt, Handelsplan und Trading Journal, das ist ja jetzt hier ein Abriss dessen, was wir sehr intensiv halt immer machen in den Workshops. Da geht fast ein Tag bei drauf, um das wirklich zusammenzubringen. Aber im Endeffekt sind es hier alle wichtigsten Dinge, die wir hier angesprochen haben, die für euch wichtig sind, um diese beiden Dinge einfach voreinander zu bekommen. Denn wenn ihr ein gutes Handelssetup habt und wisst, an welcher Verortung ihr das handeln wollt und jetzt die anderen Dinge dazu bekommt und jetzt auch wirklich die weichen Faktoren, wann möchte ich vielleicht Gewinnmitnahmen machen und wann nicht und wieso will ich das überhaupt machen, dann habt ihr ja wirklich viel mehr Chancen im Markt Bestand zu haben, als ohne diese beiden Komponenten. Weil, wie gesagt, jede Umfrage in jedem Workshop und ich habe jetzt schon fast 20 Workshops gemacht in den letzten zweieinhalb Jahren, die Ergebnisse sind immer gleich, die, die ein Handelsjournal und ein Trading Journal führen, sind in der Regel Winning Player. Das heißt nicht, dass jeder, der das führt, automatisch Winning Player ist, aber die Chancen sind sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite kann man ganz klar sagen, wenn man das nicht macht, da ist die Quote derer, die nicht erfolgreich sind, extremst hoch. Und das sollte euch auf jeden Fall zu denken geben und die Initialzündung vielleicht damit einfach heute Abend oder morgen zu beginnen, euch einfach mal Gedanken über einen Handelsplan zu machen, was da reingehört und wie man da vorgehen kann. Und wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema habt, dann werde ich die natürlich gerne beantworten und hinten raus wird natürlich Nelson dann auch sicherlich noch das ein oder andere sagen. Also, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt sie einfach in den Chat. Wir werden dann versuchen, jetzt die Fragen durchzugehen. Wer mehr zu diesen Themen wissen möchte, ich mache alle 14 Tage, gibt es ein Newsletter, wo wir auch immer diese Themen aufgreifen, so wie jetzt heute Handelsplan oder Trading Journal, dann findet ihr das auch auf meiner Webseite www.luddemann-coaching.de. Dann einfach den Newsletter abonnieren, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und dann wisst ihr immer, wann sind die nächsten aktuellen kostenfreien Webinare und vor allen Dingen, welche Themen. Wir haben immer ein wichtiges Thema, was wir alle 14 Tage dann in den Mittelpunkt stellen. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf eure Fragen. Ja, hier ist eine Frage, zum Beispiel, ob du eine Vorlage kennst oder weißt, ob es brauchbare Excel-Vorlagen gibt. Also, ich habe im Netz auch schon mal welche gesehen, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer das jetzt gewesen ist. Es gibt auf jeden Fall kostenfreie, die man im Netz sich runterladen kann. Ich würde es einfach mal googeln, das Thema. Wie gesagt, es gibt auch ein, zwei Anbieter, die fertige Trading-Journale anbieten. Die Frage ist immer, will man es nicht vielleicht doch selber machen, damit man das wirklich nach seinen individuellen Vorstellungen machen kann. Also, ich bin immer ein Freund davon, eigentlich immer alles erstmal selber zu machen, um zu gucken, wie komme ich damit klar. Aber wenn ihr sagt, oh, ist mir zu aufwendig oder so, dann googelt einfach mal oder fragt mal den einen oder anderen in den Foren, ob der euch was empfehlen kann, was da gut ist. Also, ich kann dazu nichts sagen. Okay. Dann war eine Frage, ob Unschärfe eine Rolle spielt, um Sondersituationen zu verwalten. Es ist ja im Endeffekt ein Setup. Das kann man natürlich definieren für sich, auch innerhalb eines Handelsplans, ob ich das immer so handeln möchte oder ob es bestimmte Situationen gibt, in denen ich mit Unschärfe agieren möchte. Das ist dann eigentlich eine Sache des Setups, aber weniger des Handelsplans an sich. Wenn man jetzt ein Trader ist, der gerne mit Unschärfe handelt, das macht ja durchaus Sinn, in verschiedenen Situationen mit Unschärfe zu handeln. Also, aus meiner Sicht macht es nicht immer Sinn. Es gibt einzelne Faktoren, wo das wirklich Sinn ergeben kann, so vorzugehen. Zum Beispiel, wenn man es zeitlich gar nicht anders einrichten kann, dass man jetzt vor dem Rechner sitzt, dann ist das ja zum Beispiel eine Situation. Es gibt aber auch noch viele andere, genauso wie es Gründe gibt, ein anderes Setup halt anzulegen. Da muss man halt schauen, aber das ist halt Teil eines Handelsplans. Also, das ist dann der Bereich Setup. Dann eine weitere Frage, ob man pauschal sagen kann, nach wie vielen Trades man dann feststellen kann, dass man profitabel ist. Das ist eigentlich immer eine sehr spannende Frage. Die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil es so ein bisschen davon abhängig ist, wie viele verschiedene Setups ihr handelt. Also, wenn ihr nur ein Setup handelt und das auch nur an einem einzigen Verortungspunkt, beispielsweise, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel fest, ihr tradet nur Ausbrüche auf Allzeithoch beispielsweise und nichts anderes, dann habt ihr bestimmt nach 100 Trades einen ersten Überblick, ob ihr prinzipiell auf dem richtigen Weg seid oder nicht. Ansonsten, wenn ihr drei verschiedene Setups habt und das eine vielleicht am Hochkauf, das andere am Punkt 2 und das dritte aus der Korrektur, dann habt ihr ja schon neun verschiedene Möglichkeiten und dann müsstet ihr schon fast 1000 Trades haben, damit ihr das analysieren könnt. Also, je mehr Trades ihr habt, desto besser. Ich sehe das immer so in den Workshops, nach dem Workshop dauert es meistens so drei Monate, dann sehe ich so, wie ist es bei dem einen oder anderen gelaufen. Dann ist aber auch schon klar, ob der Handelsplan prinzipiell sinnvoll ist oder nicht, der aufgestellt wurde. Das ist ja, wenn man es alleine macht, natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ich denke, bei 100 habt ihr schon mal einen groben Maßstab für ein Setup. Aber je mehr ihr habt, desto besser. Also, 1000 ist, denke ich, wesentlich aussagekräftiger als 100. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr nur 20 Trades nehmt und ihr kommt jetzt in eine Phase rein, wie jetzt zum Beispiel die letzten 10 Wochen oder 12 Wochen und die Märkte laufen nur nach oben und ihr habt Trefferquoten von 70% und ihr sagt jetzt, ihr habt 20, 30 Trades gemacht, boah, ich habe Trefferquoten von 60, 70%, ich bin der Größte, alles läuft und jetzt haut ihr richtig Geld da rein. Und dann kommt ein Seitwärtsmarkt oder eine richtig fette Korrektur und dann werdet ihr plötzlich nur noch 30% oder 40% Trefferquote haben. Das ist wirklich sehr stark von der Marktphase abhängig, wann man agiert. Wenn man jetzt zum Beispiel nur auf Tagesbasis agiert, dann macht man natürlich auch weniger Trades. Aber dadurch ist es dann so, dann sind 100 Trades aussagekräftiger als bei Tradern eben auf kleineren Zeiteinheiten. Weil dann hat man eben die 100 Trades auch über eine sehr lange Phase gemacht, in Aufwärtstrends, in Seitwärtstrends oder eben in Abwärtstrends. Und dann ist es einfacher, das zu sagen. Aber pauschal ist es halt wirklich schwierig. Ist es sinnvoll, in das Trading Journal rückblickend den idealen Stop-Loss und Ausstieg zu notieren? Ja, auf jeden Fall. Immer wenn ich Kunden habe, die schon 100 Trades und mehr gemacht haben, ist es ein Punkt, wo wir immer darauf achten, wäre ein anderer Ausstieg besser gewesen. Deswegen auch immer im Prinzip der Screenshot ein oder zwei Tage später, um zu schauen, wie ist der Trade gelaufen und wäre es ein besseres Ergebnis, wenn ich mit einer Teilgewinnmitnahme gegangen wäre oder wenn ich Bewegungshandel gemacht hätte oder wenn ich Trendhandel und, und, und. Teilauswertung, ganz, ganz wichtig, dass man sich das dann anschaut. Dann ist hier noch eine Frage bezüglich Broker und Aktientrading. Vielleicht kann ich das kurz beantworten. Also bei CapTrader können Sie selbstverständlich ab 2.000 Euro entsprechend Aktien handeln und bei FX-Flat können Sie ab 200 Euro Aktien-CFDs handeln. Weil hier nach einem kleinen Konto auch gefragt wurde, unter 500 Euro, dann empfiehlt es sich natürlich da FX-Flat genau sich anzuschauen und da bereits ab 200 Euro Aktien-CFDs zu handeln. Gut, dann ist hier die Frage, ob man deine PDF erhalten darf, kann. Also ich habe diese PDF, die ich hier führe, die führt ein Mitarbeiter von mir. Könnte ich klären, ob das okay ist für ihn. Also wie gesagt, ich würde so, wie das hier aufgebaut ist, jedem raten, das selber so aufzusetzen, weil das viel, viel besser ist wie alles andere, auch wenn ihr es selber macht. Aber ich kann das mit dem klären, weil, wie gesagt, der führt bei uns hier den ganzen Bereich. Ob das für ihn in Ordnung ist, kann ich so jetzt erstmal nicht sagen. Können wir aber in den kommenden Tagen dann abklären. So, ich glaube, wir haben fast alle Fragen jetzt durch. Falls ich eine Frage überlesen habe, bitte nochmal kurz reinschreiben. Aber, soweit ich das sehe, haben wir alles gut abgedeckt. Ah ja, genau. In welchen Umfang sollte ein Handelsplan etwa haben? Wie viele lassen sich vernünftig handeln? Ich meine, ich denke mal zu den einzelnen Bestandteilen hast du ja auch am Anfang schon gesagt, was so ein Handelsplan entsprechend haben sollte. Aber vielleicht kannst du noch was ergänzen. Ja, also ich habe zum Beispiel für die verschiedenen Trading-Ansätze jeweils einen eigenen Handelsplan. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es Situationen gibt, wo es zum Beispiel durchaus Sinn macht, eben mit Unschärfe in den Markt zu gehen. Und dann wird natürlich der Handelsplan anders aussehen, weil das Setup auch schon anders ist, als das vielleicht bei dem Minutentrading ist, wo man vielleicht aufgrund von Nachrichten agiert. So, und da muss man halt ganz genau das so ein bisschen auseinandersetzen. Ansonsten so umfangreich, wie es geht, den Handelsplan zu machen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, die fangen einfach an, schreiben da einfach drei, vier Worte zu den einzelnen Punkten und setzen sich damit aber nicht so wirklich auseinander. Also das ist wirklich eine Sache. Da können Stunden drüber ins Land gehen, um so einen Handelsplan halt wirklich klarzusetzen. Nur das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt hinterher. Weil so ein Setup zu entwickeln oder irgendeines aus einem Buch zu kopieren, ist es eine. Aber das dann wirklich auszumalen, welche verschiedenen Möglichkeiten es geben kann und wie ihr darauf reagiert, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das habe ich ja vorhin auch versucht an zwei, drei Beispielen zu machen. Wenn der Markt zum Beispiel sofort seitwärts läuft oder gegen euch läuft, was macht ihr dann? Und das müsst ihr auch später nochmal auf jeden Fall anpassen, weil ihr werdet ja dann erst sehen, wie ihr emotional damit umgeht mit dem Ganzen. Und wie gesagt, der größte Teil dessen, warum man erfolgreich ist oder nicht, ist der emotionale Bereich. Das ist ganz, ganz wichtig. Müsst ihr unbedingt schauen, wie ihr darauf reagiert. Wie kommt ihr damit klar, wenn ihr Intraday handelt oder auf großen Zeiteinheiten? Könnt ihr gut Overnight traden? Belastet es euch auf Minutenbasis? Oder seid ihr nicht schnell genug, um möglichst zehn Werte in einer Minute euch anzuschauen? Also da muss man einfach gucken, was seid ihr für ein Trading-Typ? So, Aufzeichnung wird es geben, auch wenn es bei mir hier ein paar Schwierigkeiten gab, wird es auch dann entsprechend so schnell wie möglich hochgeladen. Bei uns auf der Webseite captrader.com oder fxw.com. Dann ist die Allzeithoch-Strategie profitabel. Wie ist Ihre Erfahrung? Also, gehört mit zu meinen Lieblingsstrategien, auf Hochs zu traden. Man muss halt schauen, wie muss ich die Strategie aufbauen, damit sie profitabel wird. Also nur einen Ausbruch zu traden auf ein neues Allzeithoch, das wird sicherlich schwierig werden. Wir haben da jetzt nicht genaue Aufzeichnungen drüber. Wir haben es mal eine Zeit lang probiert. Es hat nicht so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Also ihr müsst da schon genau schauen, welches Setup wollt ihr darauf ansetzen. Aber dann ist es hoch profitabel. Also wir haben in den letzten Wochen die höchsten Gewinne natürlich mit den Werten gemacht, die auf Jahres- oder Allzeithoch sind. Aber das sind eben so Dinge, da muss man sich einfach entweder mal hinsetzen und einfach mal mehrere Tage sich Charts rückwirkend anschauen. Das ist sehr zeitintensiv, macht aber durchaus wirklich Sinn zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Oder eine einfachere Möglichkeit ist, ihr kommt einfach auf einen Workshop von mir und dann zeige ich euch, wie wir das machen bei uns. Das wäre dann auch direkt die nächste Frage gewesen, ob du einen Tipp hast, was für eine Strategie bei dir gut funktioniert für Aktien und ob du da kurz drauf eingehen könntest. Aber gut, das ist ja, sag mal was dazu. Ja, also wie gesagt, Allzeithoch-Strategie funktioniert. Man muss halt nur wissen, wie muss ich das Setup ansetzen? Wie muss ich es verorten? Und was muss mit dem Index sein, damit das funktioniert? Wie gesagt, könnt ihr selber euch erarbeiten? Haben wir ja auch selber gemacht. Also es ist ja nicht so, als wenn wir uns da keine Gedanken bei uns im Büro machen, wie wir in die Trades hinein wollen. Aber habt Verständnis dafür, dass wir das hier natürlich nicht so offen sagen, wie wir das jetzt hier machen. Sondern dann, wenn ihr es kopieren möchtet, dann entweder innerhalb der Coaching-Module oder eben der Workshop. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende einen Intensivworkshop für Tag-Stunden-Handel und im April für den Bereich Intraday-Handel, wo wir genau dann auf diese Themen eingehen und das dann auch live traden. Sowohl jetzt am Wochenende, also am Montag, Dienstag, Mittwoch, als dann auch im April. Und wenn man regelmäßig auch bei uns teilnimmt, Marktausblick mit dir zusammen, dann konnte man auch schon sehr, sehr viel mitnehmen. Auch das ist wahr, Nelson, weil wir natürlich immer das eine oder andere natürlich in den Webinaren auch erklären, wie wir das machen. Also die Kombination ist, glaube ich, immer das ideale Weiterbildung, Bücher lesen, Webinare besuchen. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt brauche ich noch einen großen Schritt vielleicht, um in die Profitabilität zu kommen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, einfach mal nach einem Coaching Ausschau zu halten. Egal, ob jetzt bei mir oder woanders, ganz dahingestellt. Aber wenn einem dieser Schritt noch fehlt, man kann sich einfach viel Zeit ersparen dabei. Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir aber auch alle Fragen. Und Stichwort Marktausblick, das ist ja wieder in zwei Wochen, am Sechsten. Auch an einem Montag, 18 Uhr, können Sie sich natürlich sehr gerne auch dafür anmelden. Zeige ich Ihnen auch ganz kurz, außer du hast noch was, Mario? Ne, also soweit eigentlich alles durch. Wir haben ja die beiden Themen besprochen. Wie gesagt, wenn sich jemand für den Intraday-Workshop interessieren soll, ich lasse es einfach hier im Hintergrund das Bild. Aber ansonsten kriegt er ja die Infos auch auf meiner Webseite dazu. Brauchen wir gar nicht, glaube ich, viel zu erzählen. Und du wirst ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu eurer neuen Webinar-Reihe erzählen wollen. So ist das dann. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. War wirklich sehr interessant, wie immer. Und ja, bedanke mich nochmal und schalte jetzt um ganz kurz auf meinen Bildschirm. Und ich hoffe, dass das jetzt auch soweit funktioniert. Also noch sehe ich deinen Bildschirm nicht. Wird nicht übertragen, ne? Wird noch nicht übertragen. Ich versuche mal, ob ich es von mir aus machen kann.